MÜZEN Wir müssen mal in... in... in irgendwie ein... sozialverachtendes Viertel ziehen Was? Was nochmal auf Deutsch bitte? In ein sozialverachtendes Viertel ziehen die frau kann kein auto fahren frau umsteuer frau umsteuer warte kann ich frau umsteuer ist nicht gut und teuer warte dauer warte warte kann ich dauergast bei dir im auto sein böse 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 rum der brutale hat dann ja tschüss 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 �� tschüss tschüss 3 3 der Axel Edison eine Nummer ist als Schreiber auf 100 die Füße bei der Maschine schon ich hab's aufgenommen Prozent Prozent so ich sagen dass wir um aufnehmen aber wir nehmen auf Loll Tarifangebot was ist das Tarifangebot was ist das und die Europapayday, ja doch geht eigentlich nein macht ihr das echt? komm mal da mach sie kalt was CamperPay ist erster Handyvertrag erlangt ach so den hat die uns jetzt angebunden die hat uns den Vertrag angebunden wenn die uns jetzt rausschmeißern seid ihr schuld weil ihr habt gesagt ich soll es machen ok we are youtuber youtube money haters fucking bitches oh oh was schreibt sie jetzt schmeißt die uns raus ich schmeißt die uns raus ich wiederhole Masse und kann Masse und das ich kann hier nicht zur Wand sie wissen nicht mehr die IP-Abo die Scheiße die steht unten links nein die steht unten links um also hat die Schnauze nicht voll ist ein Juli schrägst du schrägst da draus also www.lom-samp.de jetzt musst du dieses Piep Geräusch reinmachen HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA das sind unsere Raumsteuer alter aber was macht die Penner da alter ALTER! JUNGE! das zerschn- das zerschneidet mich was echt? was echt? ich hab'n Delphin gefangen Alter was fängst du? ich hab'n Geldbeutel gefangen ich hab'n Geldbeutel gefangen echt? lass mich rein lass mich rein lass mich rein bitte 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 ja vorne 3 juli juli sitzt ohne Tür wie juli hat ne Tür ja ich dachte kurz juli sitzt ohne Tür juli steck ein du darfst hinter mir sitzen ich glaube wie ich die Frau am Steuer jetzt umkommt jetzt können jetzt geht's euch ab ups sorry das macht nicht das macht nicht das macht nicht so das macht nicht das macht nicht wenn sie das Video sehen wenn die Person das Video sieht ok der erste Versuch vom Steuerhalter oh Gott oh Gott also das geilste wäre wenn das ein Junge wäre egal ich bin trotzdem wie ne Frau hä? was machen wir? hehehe 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 was was ich muss AFK Achsel kommt und mach weiter mit euch okay danke hehehe 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 er hat, die hat den hehehe 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 Ich schieb euch jetzt, soll ich mal so? Ja komm, mach. Komm, schieben! Juli, hilf mir! Juli! Was? Jetzt! Jetzt! Warte. Lauf! Wir schieben das Auto jetzt weg, Alter. Den Berg mit ihm! Schau mal, Lenk! Lenk! Ich kann nicht lenken! Hey, was lautet ihr? Tschüss! Ey! Kali, wo bist du? Hier, den Berg runter. Ey, ist auch nicht weg. Leute, ist auch unterschiedlich. Hä, aber echt? Oh, Axel ist da! Ja. Wer braucht den Schein? Ich! Wir brauchen Money. Wir fischen. Mason. Nein, Jan, what the fuck? Und... Hey, schenk ich auch Schenk! Wie kannst du dich dran' ...darem? Wie schnellst du dich an?! Wie schnellst du dich an?! Wie schnellst du dich an?! Wie neural sich euh ... Hyälig hablst du dich an!? Ähm ... ich hab Schick- 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 Ed �d ... er hat was ist jetzt los und erledigt an die meisten Fische haben und er dann kann dann können die dann knüchen haben wir sind so ein bisschen ja in der Zeit hier und hier jetzt haben wir die Schiene des Fischen gehen Prozent doch es ist aus dem Arsch die Stimme die Hexte Stange die Verlagt ist 0 er ist immer links gefahren Achso und Zappag hat die Nudeln was ich in den entdeckten dann ist es jetzt ist die Knopf entdeckt ausschmeißen und Helm gibt es den Knopf Junge raus Alter ich komm hier nicht raus ich auch nicht aber jetzt du hast das Auto kaputt Petti fick dich jawoll 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 ja was ich will nicht da drauf ach 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 hast du schon 1000 ja 1069 ja dann kannst du ja zur Fahrschule ach 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 ich weiß ich hab grad mal 300 Dollar wir wollten aber doch immer zusammen bleiben oder doch ich hab